Die History of the Brown Pearl, Teil 2 Hey, Leute! Wir stehen jetzt im Krieg. Wir brauchen eine willensstarke, mit Macht zusammenhängende und kräftige Kuh. Oder wollt ihr sterben? Wir kämpfen mit denen aus der Piratenstadt Tortuga zusammen gegen die Arme! Hippie, hurra! Das ist unsere Branche! Na los, dann lass uns losfahren! Los, losfahren! Anlegen! Zack! Okay. Hi Harry, wir wollten fragen, ob du jetzt zu unserer Crew mit einem Kumpan gehören willst. Ist doch... Ja, na klar! Ich könnte euch mit ein paar Flüsschen helfen. Gut, kennst du vielleicht hier noch ein paar verrückte Typen zu unserer Crew? Ja, na klar, hier. Das ist schon... Wir nennen die Polizei, die Ninjas. Wir wollen gegen die britischen Soldaten kämpfen. Aha! Ey, Ninjas, willst du zu unserer Crew gehören? Hey, Zane, willst du zu unserer Crew gehören? Ja, komm schon. Mit deinem Freund zusammen werden wir die Beste zu sein. Und die britischen Soldaten nur loschen. Guck mal, die haben keine Muckis. Die haben keine Waffen. Na ja, also, kämpfen wir mit dir. Kennst du noch jemanden? Ah ja, ein Computerhacker. Der konnte uns hilflich sein. Er kann auch gut tanzen und auch so ein bisschen, na ja. Er geht mit einer Waffe, mit einer Schusswaffe sehr gut um, die sehr stark ist. Na los, dann hin. Heute habe ich mal viel Kundschaft. Wir sind nicht wegen dem Bier da. Komm mal ab. Ähm, hi. Oh, hallo, Zane. Ja, hallo, Benni. Ähm, hier ein paar Typen wollen mit dir reden. Ähm, hast du eigentlich Lust, zu unserer Crew gegen die britischen Soldaten zu kämpfen? Ja, natürlich hat Benni Lust. Ich habe auch meine Schusswaffe und kann gut hacken. Na, hast du einen Freund? Ja, hier neben mir gleich. Ah, hi. Hast du Lust, gleich fragen wie vorher, bei unserer Crew-Mans machen gegen die britischen Soldaten? Wir können jeden Mann gebrauchen. Ja, gerne. Gut, kennst du jemanden? Ja, ähm, so einen BMX-Standtypen. Äh, Typen meine ich, sorry. Ja, wo ist denn der? Na, da hinten. Ey, hast du Lust, bei uns gegen die, eine Armee heißt, aufzubauen gegen die britischen Soldaten? Hey, Krieg, Krieg! Wir fordern gegen den Krieg. Wir brauchen jeden Mann. Ja, natürlich nicht mit. Okay. Hallo Schiff, hopp, hopp. Ey, ich glaube, wir brauchen, müssen ein paar Fässer rumwerfen, sonst gehen wir noch unter. Ja. Ja, okay. Das war das Letzte. Mach! Ja. 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 Ja.